Peace, ihr Beißer und willkommen zurück bei Let's Play How to Survive. Mit dabei ist Marco oder auch der Kugelfisch. Kugelfisch! Und wir stehen hier am Strand, wo wir euch zuletzt in der letzten Folge haben stehen lassen. Hier ist der gute Raymond. Raymond? Ramon? Keine Ahnung. Und der will uns jetzt was erzählen, der alte Schluckspecht, der. Also hören wir mal an, was er uns zu sagen hat. Aber ich gehe schwimmen. Ja, gut, Marco geht schwimmen. Ich höre mir das an. Nein! Boah! Schaltet die benötigten Fertigkeitsfeuer und zündet für Ramon ein Lagerfeuer an. Okay, dann mache ich das mal. Ja. Oh, nicht da reingehen. Aber es ist doch schon angezündet. Ich versuch nochmal. Nö, kann ich nicht. Oh, ich kann einen Fertigkeitspunkt setzen. Warte mal ganz kurz. Ja, ja, mach mal ruhig, mach mal ruhig. Inventar, Ziele, äh, schalten, die bin ich ja frei. Ah, Fertigkeiten. Jetzt kann ich mir hier was aussuchen, oder was? Ah, die Fähigkeit Lagerfeuer, das habe ich schon, oder was? Oh, habe ich jetzt gemacht. Ich kann Lagerfeuer und Fackeln anzünden. Was gibt es hier noch? Werte. Aha. Mhm. Level 2. Ja. Ich bin ganz ohr. Ja, gut. Wie kann ich jetzt ein Lagerfeuer anzünden, wenn du das da schon angemacht hast? Das weiß ich nicht. Wähle einige freigeschaltete was? Wie? Hä? Moment mal. Was ist das denn hier? Ich habe eine Vögel. Achso. Zurück. Naja, egal. Dann reden wir mal mit ihm. Super. Hm. Okay. 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 Und jetzt? Hm. Hm, hallo? Das mal auf mich umzurempeln, alter Mann? Ich meine, wir sind auf der einsamen Insel, ja? Aber manieren kann man trotzdem noch beibehalten, ist das klar? Oh, sprechen. Ja, F. Interessant. Wie die ganze Zeit mir so ein Zombie ins Ohr röchelt nebenbei. Lass uns noch hier dieses Buch angucken. Leute, wieder ein bisschen die Ohren zuhalten oder Ton runterstellen. Ja, das ist ja nicht. Boah, Zombie-Brillen. Jammo. Achso, mit Mausrad ab und... Ja, Markus mal wieder drowsen. Ah, guck mal, so kann man die... Hä? Wieso liegt da mal eine brennende Fackel auf dem Boden? Wieso, ne? Achso, die kann man, ja gut, die kann man logischerweise nicht ins Inventar stecken. Eine brennende Fackel. Ne, leider nicht. Okay, so kann man die Waffe wechseln. Gut, äh... Auf der Landkarte, seht ihr... Da oben müssen wir hin. Ja, müssen wir wahrscheinlich hier links rein und dann wieder rechts hoch, wa? Ne, ich glaub... Hallo! Der Weihnachtsmann ist da! Die lockt hier alle! Ich hab die Lichterkette angezündet. Ach, die Lichterkette! Ja, jetzt haben wir die Lichterkette. Kann man sich schön übers Bett hängen? Ein... Ich hab wieder einen Erfolg freigeschaltet, wuhu! Der Fackelmann kommt! Ich bin der Fackelmann, ich bin der Fackelmann. Guck dir meine Fackel an! Ja, okay, es wird dunkel, das ist schön. Wir haben ja gehört von unserem guten Raymond, dass, ähm... Ja... Dass in der Nacht noch fiesere Kreaturen auf uns warten. Ich freu' mich! Yay, hey, hey! Ho, ho, ho! Ich freu' mich mit deiner Machete die Bücher aus dem Weg und erreiche das Dorf! Na, nichts leichter als das! Oh, ne Möfe! Was ist hier los? Oh, Leichenberge! Oh, cool! Ja, Mo! Wo geht's lang? Hier, oder was? Oh, Robby Gee! Oder Robby Gee! Wie auch immer! Immer auf auffälligen Pflanzen achten. Oder am Rand lang ziemlich, da findet man viel. Okay. Dead in my eyes. Was gibt's hier irgendwas? Umsonst, oder was? Oh, das Ding bewegt sich! Das finde ich ja cool. Oder? Oder ist nur die Kamera gewesen? Oh, Taschenlampe geht... Wieso? Eine Holzaxt! Ach so, ich dachte... Haben wir die jetzt beide im Inventar, oder was? Oder was ist das? Ein Entwurf ist das nur. Ach so, man kann auch Waffen selber machen. Cool! Richtig, gell! Na ja, aus Stock, Stein und, äh... Hammernägel. Stock und gut stehen ihm gut. Hammernägel? Ja, Hammernägel und Tape. Also, wenn du das im Inventar hast, kannst du ein Hammer bauen. Warum hat denn denn meine Fackel weggelegt? Kann man uns nur unbennehmen. Ey, wer klaut nicht meine Fackel? Ja, der hat automatisch die Taschenlampe genommen, da kannst du dir die Fackel wahrscheinlich nicht benutzen. Ja, gut. Äh, hier geht's nicht mehr weiter. Sicher? Ja, weil Rot ist Mauer, ne, wenn du auf die Karte guckst. Ja, gut. Aber was ist hier oben? Was kann man hier oben machen? Nichts. Gar nichts. Ja, cool. Ah! 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 Immer zu ihm hingucken, wenn es komische Monster... Ah! Ja, immer zu ihm hingucken. Das sind die Monster, die, äh... Das ist wie ein Lecker. ...Licht scheuen. Ja. Ist auch so. Die scheuen das Licht. Ja, aber der kam grad mal einfach so. Sag mal, was geht denn mit dem? Ja, wenn... Kann er nicht machen. So ohne Ankündigung. So, ich dreh mich um. Guck mal, jetzt kommt er. Ja, ich weiß. Und wenn ich jetzt umdrehe, zack. Ja, aber töten kann man die nicht. Ach, scheiße. Doch, wenn, äh... Ja, wenn du dich umdrehst. Äh, meine Fackel ist aus. Wo ist meine Taschenlampe? Meine Fackel ist jetzt auch aus. Kann man die... Nein! Ja! Irgendwie... Ah! Like a vampire, ey. Taschenlampe aus? Haben die Batterien, oder was? Nein. Aber so kannst du sie töten. Äh... Bewegen, fallen lassen. Au, 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 au! Mach die Taschenlampe an! Oh, wie geht die an? Wie geht die an? Wie geht die an? Na komm her! Wie gehen die an? Äh, im Inventar hab ich einen gedrückt. Die sind ja lästig. Die sind Zeugen Jehovas, weißt du? Kommen wir mal an, wenn du es nicht erwartest. Ah, so geht die Taschenlampe an. Gut. Äh, warte mal, kannst du dich mal kurz im Inventar gucken? Irgendwo hab ich doch... Ah, da oben. Was willst du? Bitte Möwe. Ah. Ja, du musst dich umdrehen, dass du dir ziemlich weit ran kommst. Ja. Und wie macht man die Taschenlampe? Gibt's auch eine Schnellwahl? Ach, da unten auf Kuh. Nö. Ah! Ja. Ja, bei mir ist es anders. Wo müssen wir lang? Bruder! Äh, der K... Ja, der K ist zu verurteilen. Oh, jetzt zieh's, zieh's. Kommen Sie. Pass auf! Was ist los? Flaki doch! Kann man? Cool. Der hat mir voll eine Breitseite gegeben, ey. Äh, ich glaub ich hab dich geschlagen. Jetzt sind wir wieder hier. Ich bin wieder hier. Oh. Meinem Revier. Oh. Verriere dich weg. Hab nur Gedärme rausgerissen. Na! Äh, warum dreht er sich denn nicht? Oh, oh. Mir geht's nicht so gut. Ja, mir auch nicht. F drücken, da war was. Boah, eine Heilpflanzig, Boah, eine Heilpflanzig. Ich tippe Stoff. Ja, ich auch. Auch hier. Oh, hier. Ach, scheiße. Meierlob. Oh, mein Herr. Oh, mein Herr. Lalalalalala. 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 Boom! Alter, das sind so geile Animationen. Und tschickaboo! Oh, Stück Stoff. Immer mitnehmen. Alles mitnehmen, was nicht nid- und nagelfest ist. Survival ist... Survival of the fittest. So. Oh, nein. Ah! Boy. Yes, yes . So. Jesus is with control. Geniet Wie immer sehr schön illustriert, finde ich gut. Wer sagt denn immer Hi? Das ist ein Papagei, oder? Stirb, du. Oh, ich brauche irgendeine Heilpflanze oder sowas, ey. Wir müssen nach oben, wir sind ganz falsch. Ja, warte, warte, warte. Ja, in den Pappes, in den Pappes, ordentlich rein, da. Und dann liegst du auf dem Papp schon. Lass mal hier lang geholt gehen. Darf ich ihn noch töten? Ich habe ihn jetzt schon so gut vorbereitet. Achso. Ja, aber lass mal hier lang. Vielleicht durch Trinken kriege ich wenigstens Energie vielleicht. Achso, dir geht es richtig schlecht, ne? Ja, klar, ich habe nur noch ein Prozent der Energie. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Da kommen wir uns wieder. Ja, ich habe es unter Kontrolle. Ich habe alles unter Kontrolle. Von hinten. Äh... Von hinten! Nein, der läuft doch ran vorbei. Oh, ein Stück Stoff hat da eine gehabt, ey. Hm, geht nicht so aus. Nein. Kann was füllen, das kann ich nicht füllen. Nein. Lass uns mal nach oben gehen. Ja, ja. Hinten. Was? Ja, lass doch erstmal ran kommen, ey. Hi. Von hinten. Klassische Pfeile. Stück Stoff. Ja, klassische Pfeile sind meine. Weil ich schieße gerade mit einem Flitzer. So haben. Äh, fallen lassen. Ach, ich hätte die auch geben können. Ja. Oh, halt. Ich habe einen Pfeil verloren. Oh. Vorsicht. Wenn die dich einmal treffen, müssen sie turnen. Ja, ich habe wieso keine Energie mehr. Was macht die denn hier? Der hat eine Desorientierung, die Bude. Warte, der hat schon... Warte mal, ich muss mal meine Pfeile holen. Der hat jetzt zehn Pfeile in sich gehabt, ey. Ja, komm. Hm. Hier Pfeile. Hier liegen Pfeile an der Ecke. Warte, 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 warte. Vielleicht mal eine Heilpflanze ausschauen. Ja, auf jeden Fall. Er ist ja nicht schlecht hier. Wo müssen wir lang? Links. Äh, rechts oder links rum? Um den Felgen? Vielleicht, warte. Oh! Oh, das ist ja hier. Ja. Ja, nie gesehen. Da ist eine Pflanze. Was ist das für eine Pflanze? Oh, das ist ja harsch. Alter. Was ist los? Was ist das für eine Pflanze? Ich bin tot. Nö. Ich bin tot. Ich bin tot. Nö. Nö. Kannst du? Ja. Kann ich. Oh. Gott sei Dank. Halleluja. Äh. Was denn das hier? Ausgegangenblau und Bäsin. Stinken aber weniger zum Essen. Aber vielleicht kann man sich mit anderen Pflanzen mischen. Oh. Kann man da irgendwas mit machen? Auswählen. Ich geb dir die mal und du probierst es mal. Hast du sie? Äh. Nö. Nö. Hier liegt nichts. Ich hab's dir doch gegeben. Hä? Da stand geben. Guck mal in dein Inventar. Äh. Ja, warte. 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 Soll ich. Inventar. Außerwählen. Blau Pflanze. Stinkende Blau Pflanze. Weniger zum Essen geeignet. Aber vielleicht kann man... Ja, mach mal auswählen bitte. Habe ich doch gerade schon vorgelegen. Auswählen. Kannst du irgendwas mit machen? Nö. Okay. Ich dachte, die hilft dir vielleicht. Ich dachte, die hilft dir vielleicht. Äh. Leider nicht. Da ist so ein äh... Äh. Da ist so ein Kreis dran gewesen. Äh, also so ein Reparatur-Ding. Das heißt, das kann man zum Reparieren benutzen. Nee, damit kannst du was machen, heißt das. Oh oh. Äh, ich bin tot. Ja, ich hätte nicht. Weil du nicht stirbst. Vibio, 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 vibio. Dankeschön. Halu. 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 Hau. Hau. hängt da oder was wir können uns gegenseitig schlagen nehmen die pflanze dieses andere mann zieltrank bedeutet dass du das erzählen kannst postige machete liegt doch die haben wir ja schon verlieren die auch haltbarkeit kochen kannst du wahrscheinlich was kochen das weiß ich habe ein bauch die kann man mischen die pflanzen irgendwie gehen wir ein bisschen verkehrt hier war doch spiel ich wusste vor geschafft leute halte durch brenn weg brenn brenn mir geht es nicht so gut ja dann auch zurück wenn sie kommen blumma 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 brennne brenn brenn breu oh oh wir sind beide gleich tot pass auf äh ich bin tot ich weiß ich versuche dich wieder zu beleben moment Wir hangeln uns hier von Tod zu Tod. Na komm, wir sind gleich da. Halte durch. Warte mal, warte, 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 warte. Bevor du weiterläufst, warte. Achso, Scheiß, komm ich zurück. Können wir denn ein paar Bandskasten machen? Ich bin tot, ne? Der zappelt, der zappelt. Warte mal, warte, 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 bevor du immer weiterläufst, ey. Irgendwie können wir doch... Wie geht denn hier? Wir können doch irgendwas zusammen machen, Stoff mit... Warte mal, ne, Stoff sind wir nutzen. Wo sind die Rezepte? Keine Ahnung. Achso, äh, Alter. Ah, heil. Ah, da unten, Ziele verfügt... Ah, jetzt, äh, nein, 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 helf. Gute Frage. Ja, keine Ahnung. Oh, ne, ich hab ne Heilpflanze, ich hab ne Heilpflanze. Ja, dann ist ja alles okay. Hui! Dün, 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 oh! Oh, oh. Fünf. Immer wieder Ruhe. Ah, Scheiße! Was machst du denn? Lauf, 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 der ist doch nicht tot! Ah, ich hab grad auf... Ich hab auf den Strauß am Hintergrund am Strand geachtet. Da stehen Straußen. Wäre geil, wenn auch ein Elefant kommt, ne, warte, ey. Oh, oh. Warum dreht es sich denn immer? Ist die Beklappter, oder was? Ja, danke, dass du mir nochmal einen mitgibst. Ah, sch... Du hast Faden und ein Streuiger. Auf Vorsicht, du hast angegriffen. Boah, ey, mach ich halt hier. Was ist das denn da? Biegsamer Ast. Eingesammelt, das. Ah, da kann ich mir einen Bogen draus craften. Okay. Zusammenfügen. Mit dem hier. Ah, ich hab nen Bogen! Hey. Hier, guck mal. Und ich wechseln. So, wir gucken uns jetzt das Handbuch hier noch an. Bist du bereit? Ja, mach hin. Ja, ja, mach ruhig. Ah! Okay. Okay. Wechseln wir doch gleich mal welche. Immer auf den Marco muss man warten, das ist doch... Machete. Machete. Und dann... Machete. Hä? Was denn? Ja, jetzt hab ich Pfeile. Guck mal an. Ja. Sicherheitsstrakt. Machen wir hier wieder ein Folgenpäuschen. Ähm, wir haben noch ein wenig mehr der Insel erkundet und sind auf dem Weg zu diesem mysteriösen Dorf, wo wir Benzin holen müssen für Rayman. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lassen oder uns ein Feedback da lassen würdet. Und dann... Danke, dass du mir nochmal zum Abschluss eine verpasst. Oh! Sorry! Und dann bis zur nächsten Folge. Hoffentlich seid ihr wieder mit am Start. Mach's gut! Tschö tschö! Ciao! Bäh!